Hallo und herzlich willkommen. Wir sind bei einer neuen Case Study und zwar diesmal Arbeitnehmer mit Vermietungseinkünften. Wie trägt man das eigentlich richtig in eine Steuersoftware ein? Das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Ja, wir starten wieder natürlich direkt hier mit dem Onscreen und zwar mit Smartsteuer, die Software, die wir auch bei Steuern mit Kopf empfehlen. Und zwar in dem Zusammenhang geben wir hier natürlich einen neuen Fall an mit V&V. Und zwar unsere Fallkonstellation ist jetzt so, wir sind jetzt ein Arbeitnehmer, der noch nebenbei Vermietungseinkünfte hat. Wir tragen das Ganze natürlich wie immer hier dann sauber auch mit unserem Muster ein und arbeiten uns dann schrittweise durch. An der Stelle der Hinweis, wir sind im Großen und Ganzen in dem Zeitpunkt Single, unverheiratet und dementsprechend, sage ich mal, Steuerklasse 1. Deswegen gehen wir hier auch den ersten Teil relativ schnell durch. Wenn du den Arbeitnehmerteil ein bisschen ausführlich haben willst, da haben wir auch schon eine Case Study dazu gemacht. Wir gehen hier durch und haben natürlich hier erstmal unseren Herrn wieder, unseren Otto Normalverbraucher. Und gehen dann im Großen und Ganzen diese Software weiter durch und klicken uns da natürlich durch. Wir haben keine Kinder, ist ja erwähnt worden, Steuerklasse 1. Dann natürlich die Frage, was für Einkünfte haben wir denn? Wir haben Arbeitnehmereinkünfte. Im Jahr 2021 hatten wir weder Beamtenzoll, Rente, Krankengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld oder ähnliches. Nein, wir sind ganz normaler Arbeitnehmer. Dann zusätzlich haben wir noch hier weitere Einkünfte. Das ist die Frage, Gewährbetrieb, Photovoltaikanlage, selbstständige Arbeit oder ehrenamtliche Tätigkeit. Auch nicht vorhanden. Aber wir haben ja in unserer Case Study jetzt Vermietung und Verpachtungseinkünfte. Hier auch gleich die komplette Litanei dazu an Informationen, was du wissen musst. Wir klicken uns jetzt wie gesagt weiter durch und gehen natürlich hier alle Punkte ein bisschen schneller durch. In dem Grundvideo habe ich es ein bisschen ausführlicher erklärt, wie wir dann natürlich die ganze Einkünfte hier eintragen. Die Frage, Minijob, Arbeitnehmer im Ausland, ausländische Steuern, sonstige Einkünfte, Grundstücksveräußerungen, Kryptowährungen, Landforstwirtschaft, Verluste. Übrigens schreibt mir hier auch noch auf, bitte ein weiteres Case Study, Arbeitnehmer mit Kryptowährungen. Auch diesen Teil können wir relativ schnell überspringen. Auch Corona in der Steuererklärung hatten wir nicht. Jetzt geht es nämlich an die persönlichen Daten von Otto. So, Otto ist im Großen und Ganzen am 01.02.1988 geboren, also übrigens auch mein Geburtstag. Wenn ihr mir irgendwas zum Geburtstag schenken wollt, dann gerne einfach direkt an die Kanzleiadresse. Freue ich mich natürlich immer über Geschenke. Und wir haben in dem Zusammenhang natürlich auch die ganzen notwendigen Informationen hier. Otto ist Eigentümer einer Immobilie, eines Grundstücks? Ja, nein. Hier ist die ganz einfache Antwort, wo wohnt Otto zurzeit? In dem Fall, er wohnt zwar hier zur Miete, aber hat hier im Großen und Ganzen natürlich hier dann eine Immobilie vermietet. Wenn wir auf Ja klicken, dann natürlich hier diese ganzen Informationen, die man braucht. Bebaute, unbebaute Grundstück und natürlich in dem Fall, wo wohnt Otto zurzeit? Nicht im Eigentum, könnte man vielleicht ein bisschen schöner formulieren. Aber in dem Zusammenhang ist das hier nun mal der Fall. Wir haben wie immer unsere Musterstraße Nummer 1, die wir hier eintragen. Dann haben wir die 1, 2, 3, 4, 5 und dann haben wir hier in dem Zusammenhang unseren Wohnort. Da können wir mal die Musterstadt nehmen. Jetzt ein wichtiges Thema, was auch mit angegeben werden muss, ist das Bundesland. Wir sind natürlich aus Bayern, also nehmen wir Bayern. Die Musterstadt aus Bayern. Gehen wir weiter. Wie gesagt, wir überspringen die ganzen Themen jetzt ein bisschen hier ein bisschen schneller, weil das kannst du alles zumindest anhand deiner Lohnsteuerbescheinigung durchwählen. Für unsere Case Study ist derjenige evangelisch und er ist im Jahr 2021 nicht in der Kirche eingetreten oder ausgetreten. Otto ist hier natürlich dann Mustermann bzw. ja Musterfrau, je nachdem, was wir natürlich haben. Und Otto hat nicht studiert. Warum? Studium wäre relevant, wenn wir in dem Zusammenhang natürlich erhebliche Werbungskosten hätten. Der nächste Punkt ist, Otto ist körperlich fit und geistig auch. Von daher ist es in dem Zusammenhang natürlich hier so. Hinterbliebenen Bezüge hat Otto auch nicht. Jetzt gehen wir natürlich die erste Einkunftsart. Hier geht es um die Arbeitnehmereinkünfte. Diese müssten wir ausfüllen in dem Zusammenhang und zwar mit der Lohnsteuerbescheinigung. Hier können wir natürlich den Musterarbeitgeber mit eintragen, die Musterarbeitgeber GmbH. Hier könnte man sagen, in der Musterallee 21 in 12345 Musterstadt. Das wäre im Großen und Ganzen anzutragen, wobei, wie gesagt, hier die bezeichnende Firma ausreicht. Aber natürlich Name, Anschrift und alles kann man auch noch mit angeben. Ist natürlich dann nicht schädlich. Arbeitnehmer, ganz normal. Wir waren das Ganze hier angestellt. Steuerklasse waren wir in der 1. Wir haben hier einen Bruttoarbeitslohn, wie gesagt, aus unserer Case Study heraus. Von 36.000 Euro 4743,96 an Lohnsteuer. Solidaritätszuschlag fällt ja weg in diesem Zusammenhang. Kirchensteuer 379,44. Wie gesagt, ich tippe hier nur meine Lohnsteuerbescheinigung ab. Wir werden euch das Muster, das wir verwenden, hier auch mal direkt mit eintragen. Verheiratet sind wir nicht. Angaben in 8 bis 14 bei normalen Arbeitnehmern nicht der Fall. Erstens fülle ich wieder die Zeile 22a wird relevant. Und zwar der Arbeitgeberanteil hier zur Steuererklärung. Also zur Sozialversicherung, Rentenversicherung. Das müssen wir hier mit eintragen. Und dann die nächsten Punkte hier auch wieder nur relevant. Zum Beispiel Ärzten, Steuerberatern, Rechtsanwälten. Aber natürlich hier bei 24 bzw. in dem Zusammenhang 25. Wenn hier Zuschüsse geleistet worden sind, dann natürlich mit angeben. Wenn nicht, dann tippen wir das auch wieder einfach ab von unserer Lohnsteuerbescheinigung. Und gehen dann hier ganz einfach weiter. Weitere Fälle gibt es bei uns nicht. Wir haben auch hier keinen Freibetrag wegen dem DBA Türkei. Sondern wir klicken uns jetzt hier weiter. Denn wir wollen ja möglichst schnell zu den Vermietungseinkünften kommen. Und sehen direkt hier das Schöne. Das ist unsere bisherige Erstattung. Hier können wir das Ganze nochmal durchchecken. Und können dann sagen, okay, wir gehen weiter. Dann weitere Angaben als Arbeitnehmer lassen wir jetzt mal weg. Was wir aber natürlich dann brauchen, sind die Werbungskosten. Fahrten, Wohnung, Arbeitsstätte und Homeoffice-Pauschale. Beziehungsweise die lassen wir auch mal weg. Weil wir wollen ja den Vermietungsteil umfangreicher besprechen. Hier auch keine Leiharbeit, Bewerbungskosten oder ähnliches hatten wir auch nicht. Keine davon. Dann haben wir natürlich hier die Pendlerpauschale. Brauchen wir auch nicht. Wir haben Pendlerpauschale schon. Wir haben einen Arbeitgeber. Und wir haben hier erste Tätigkeitsstätte. Hier haben wir nochmal die Musterallee 21. in natürlich 1, 2, 3, 4, 5 Muster statt. Auch hier in dem Fall das ganze Jahr. Hier 5 Arbeitstage. Urlaubskrankheitstage 30. Und dann hier kommen wir auf die klassischen 230 Arbeitstage. Dann müssen wir mit angeben. Und zwar das wird jetzt hier spannend, wenn wir sagen, okay, wir sind jeden Tag 20 Kilometer hin und zurück gefahren. Also sprich 20 Kilometer einfach. Dann haben wir hier 20 Kilometer einzutragen. Davon mit dem eigenen PKW. 20 und 0 mit einer Sammelbeförderung oder ähnliches. Und erstattet wurde uns vom Arbeitgeber nichts. Dann haben wir hier in diesem Zusammenhang, sehen wir, die Erstattung geht nach oben. Wir tragen hier natürlich die Arbeitsmittelpauschale ein. Dementsprechend die 110 Euro. Die Kontoführungsgebühren. Und ihr seht natürlich immer, wie jetzt gleich auch wieder im nächsten Schritt, hier dann genau die Erstattung nach oben gehen. Jetzt sind wir in dem Zusammenhang hier natürlich bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Eigenhäuser, Wohnungen, sonstige Gebäude, Feststellungserklärungen. Ja, wir haben hier im Großen und Ganzen die Vermietung. Es ist hier keine Untervermietung, zum Beispiel Airbnb oder ähnliches. Jetzt kommen wir nämlich in den V&V-Teil und der wird jetzt etwas spannender. Wir haben ein Objekt. Das machen wir mal hier so. Objekt 1. Das bearbeiten wir jetzt hier. Und sagen ganz einfach hier. Das ist vielleicht hier in derselben Straße. Oder machen wir hier auch in der Musterallee. Musterallee, vielleicht direkt nebenan, 21, natürlich hier die 1, 2, 3, 4, 5. Musterstadt, einer ist ein Aktenzeichen. Das kriegt man natürlich in dem Zusammenhang vom Finanzamt. Da muss man natürlich dann das mit angeben. Wir haben das angeschafft am 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 1. 1. 30 Jahre alte Immobilie haben wir gekauft. Und in dem Zusammenhang, ein Verkauf lag nicht vor. Gesonderte Feststellungen gab es auch nicht. Das wäre zum Beispiel dann der Fall bei GbRs oder ähnlichem. Und das hier wäre natürlich dann der Fall, wenn du die Immobilie verkauft hast. Wir klicken uns weiter durch. Und haben natürlich hier Wohnungen und vollständig vermietete Häuser. Wohnungen an Angehörige verbilligt vermietet. Wo ermieten für frühe Jahre oder in 22 keine Mieteinnahmen. Wir haben hier den klassischen Fall. Wohnungen und vollständig vermietete Häuser. Weiter, Anzahl der Wohnungen in diesem Objekt. Eine, wir haben so eine, sage ich mal, klassische Wohnung. Dann nehmen wir es mal ETW. 1. Genau. Anzahl der Wohnungen. 1. Vielleicht auch hier in dem Zusammenhang eine 65 Quadratmeter Wohnung. Und wir tragen dann die Mieten ein. Hier ganz wichtig, die Mieten pro Jahr. Beziehungsweise können wir sie an der Stelle natürlich auch so eintragen. Dann haben wir hier Monatsmiete. In dem Zusammenhang können wir sagen 12 Mal. 500 Euro. Das ist die Kaltmiete ganz wichtig. Das tragen wir hier ein. Dann Umlagen und Nebenkosten und Mieterdamen für andere. Ja, sage ich mal, wenn es zu Wohnspekten dient. Das wäre beispielsweise für Garagen oder wenn in der Außenverkleidung irgendwelche Mieter, so, so, ja, Werbebanner dran sind. Und natürlich, das wäre natürlich so eine Möglichkeit. Und natürlich Umlagen, Nebenkosten und Erstattungen. Hier haben wir hier natürlich das monatliche, monatliche VZ. Hier haben wir zwölf Mal, machen wir mal hier 150 Euro. Aktuell wahrscheinlich eher relativ wenig, wenn man sich anschaut, wo sich die Mietpreise hin entwickeln. Dann natürlich gehen wir auf die nächste Seite. Und das war jetzt die Einnahmenseite. Und jetzt sehen wir schon, oh, lalalala, 2351 Euro müssen wir nachzahlen. Liegt daran, weil bisher ja die Mieteinkünfte noch nicht versteuert worden sind. Und in dem Zusammenhang, ja, müssen wir das Ganze einfach nachholen. Es wurde nichts zu, es wurde nichts eigengenutzt oder zu fremden Dritten hier vermietet. Wir haben hier auch keine Ferienwohnungen, 0 Quadratmeter. Das ist im Großen und Ganzen dann hier der Fall. Wenn du eine Ferienwohnung oder ähnliches hattest, müsstest du sie mit reinnehmen. Wir haben hier ein paar Punkte, die wir mit reinnehmen. Einmal Gebäude, linear, bewegliche Wirtschaftsgüter. Das gehen wir hier durch und machen hier einmal eine Abschreibung. Und zwar eine Abschreibung in dem Zusammenhang. Das wäre auch eine... Halt. Da habe ich gedacht, da stimmt was nicht. So. Abschreibungen. So. Wichtig. Die Null ist am Anfang da. Und wir gehen dann hier auf die lineare AFA, denn die gibt es aktuell. Und wir haben Absetzungen bei Anschaffung oder Herstellung in 2021 ermitteln. Da müssen wir hier ermitteln und in Tabelle erfassen klicken. Dann haben wir hier natürlich diese Kosten. Hier und hier sind wir ja. Kaufpreis. Wollen wir es denn? Kaufpreis. Ohne Grund und Boden. Haben wir hier einmal zum Beispiel 250.000 Euro. Dann haben wir hier noch natürlich unsere Maklerprovision. Upsala. Das geht übrigens auch hier über eine Suche. Maklerprovision. Einmal ist jetzt pauschal gewählt, ganz einfach. Dann haben wir hier den Notar. Was haben wir noch? Den Rest lassen wir aber weg. Dann haben wir hier nur die, sag ich mal, Kosten für die Anschaffung auf das, sag ich mal, ja auf das Gebäude. Weil das im Grund und Boden darf man ja nicht abschreiben. Jetzt kommen wir hier weiter. und müssen natürlich hier Herstellungskostenabschreibung errechnen. Dann müssen wir hier dann weiterklicken und dann genau sieht man es schon wieder. Es geht nach unten, denn jetzt wird die AFA bei Wohnraum übrigens für 2021 mit 2% AFA hinterlegt. Und in dem Zusammenhang dann natürlich ab 2023 erhöht sich das Ganze dann. Wir haben hier im Grunde eine Küche vielleicht noch. eine Einbauküche, die ja immer besonders schön sind. Können wir mal machen 10.000 Euro. Dann hier Anschaffungsdatum. Nutzungsdauer 10 Jahre, Ende der Nutzung dann natürlich hier passt das so. Das ist das Schöne an der Software, Logikfehler werden hier gleich mit reingenommen. Und man sieht weiter, es geht nach unten. Wir haben hier noch Schuldzinsen und weitere Werbungskosten. Das sind so die Klassiker, die wir immer mit drin haben. Zahlen, Belege, Nachweise, da können wir hier natürlich hier Geldbeschaffungsrenten, dauernde Lasten. Hier haben wir ein Darlehen aufgenommen. Hier natürlich Aufwendungen machen wir Schuldzinsen. Dann natürlich hier Darlehen bei der Musterbank daraus. Und wir haben zum Beispiel jetzt, was haben wir denn hier damals ausgerechnet? Nehmen wir zum Beispiel mal 2.500 Euro hier an der Stelle. Natürlich hier als Zinsen mit rein. Das dürfte für 2021 sogar noch der Fall sein. Jetzt aktuell sind die Zinsen auch wieder gestiegen. Und wir kriegen wieder eine Erstattung. Weitere Werbungskosten. Hier, Sie können nachträglich weitere Werbungskosten mit reinnehmen. Wir nehmen jetzt hier mal 2 Stück mit rein. Sagen zum Beispiel Werbungskosten 1. Das haben wir hier. Wir können auch jetzt gerne mal durchschauen, damit man das auch mal sieht, was man hier alles absetzen kann. Abstandszahlung, Entwässerung, Fahrstuhl, Gartenpflege, Hundesteuer, Grundsteuer, Hauswahrtbeleuchtung. Alles Mögliche natürlich an dieser Stelle möglich. Das kann man natürlich dann hier mit reinnehmen. Was hier natürlich mit anfällt. Wir machen zum Beispiel mal Treppenreinigung bzw. Telefonkosten. Telefonkosten zum Beispiel 120 Euro. Dann haben wir vielleicht hier in dem Zusammenhang noch. Was können wir noch schön mit reinnehmen? Reinigungskosten vielleicht hier. Haben wir auch nochmal 120 Euro. Also Siehst, du kannst hier wirklich alles mit angeben, was hier an dieser Stelle möglich ist. Und was wir natürlich jetzt nicht mehr machen, das sind so Themen wie Altersvorsorge, Riesse, Berufsausbildungskosten und Ähnliches. Da überspringen wir das Ganze mal einfach auf die schnelle Flutkatastrophe. Wir hatten keine Spenden, wir hatten Krankenpflegeversicherung. Nur das natürlich, dass wir gesetzlich krankenversichert waren. Das heißt, das wird alles aus unserer Anlage N übernommen, also aus der Lohnsteuerbescheinigung. Gesetzliche Beiträge als Arbeitnehmer. Genau, da wurde alles schon mal übernommen. Das war das, was wir vorhin eingetippt haben. Und dann gehen wir einfach noch durch. Dann könnten wir jetzt hier noch einen Hausrat, nicht Hausrat, ich sage es immer wieder Haftpflichtversicherung, könnten wir hier mit reinnehmen. Den Hausrat kann man ja nicht absetzen. Das gehen wir einfach mal so durch. Gehen weiter. Krankheitskosten hatten wir auch keine. Hausratz- und Dienstleistungen, weil wir hatten zum Beispiel auch keine. Sonstige private Aufwendungen hatten wir auch keine. Das sind hier natürlich, sage ich mal, diese ganzen Sonderausgaben-Thema. Dann noch Kirchensteuer-Nachzahlungen hatten wir auch keine. Und dann, upsala. So, genau richtig. Das sind die Haken, die ich immer gerne vergesse. Aber ansonsten Auszahlung, Vorauszahlung, Mitwirkung haben wir keine geleistet, weil wir, wie gesagt, bisher bloß Arbeitnehmer waren. Dann kommen wir noch zum letzten Abschluss. Und zwar das Finanzamt, was wir mit angeben müssen. Das natürlich hier, diese Thematiken. Da gehen wir dann einfach weiter und können jetzt auch mal hier. Da möchte ich jetzt am Ende noch was zeigen, dass wir das natürlich hier machen können. Und zwar, das Interessante ist ja, wir hatten auch das hier, lassen wir mal schnell weg. Denn das Interessante ist ja, warum es immer heißt, ja, ich habe Angst davor, eine Steuererklärung abzugeben, weil ich immer Fehler machen könnte. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt hier, das wird dir am Ende angezeigt. Du siehst also hier zum Beispiel, was hier fehlen könnte und was im Grunde, ja, sage ich mal, noch dazu muss. Das wird dir angezeigt. Mögliche Probleme natürlich an der Stelle können relevant werden. Das ist der Unterschied zwischen Empfehlungen und Problemen. Probleme musst du oder solltest du bearbeiten. Empfehlungen kann sein, dass du nicht hast. Wenn wir dann hier alles bearbeitet hätten, geht es dann bloß noch ans Daten senden. Das war jetzt unsere Case Study im Bereich Arbeitnehmer mit Vermietungseinkünfte für 2021 mit der Steuersoftware Smartsteuer. Übrigens alle Links dazu, die du brauchst, findest du unten in der Infobox. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater und du schaust Steuer mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Das war jetzt hier, ich bin Online-Steuerberater und du schaust da. Das war jetzt hier, ich bin Online-Steuerberater und du schaust hier zu haben. Ich bin Online-Steuerberater und du ein immer findest du untertitelt. Es wurde mit diesem Weg.